Ich habe hier so eine ausgesongerte alte Feuerwehrfangleine, die habe ich mir am Fluhmarkt mit. Die benutze ich im Garten immer für Baumfellarbeiten, um irgendwas runterzuziehen und so weiter. Und das ist natürlich immer eine riesen Unordnung, wenn man die in keinem Leinenbeutel hat. Und deswegen zeige ich euch heute eine Vorrichtung zum Nachbauen, wie ihr solche Leinen perfekt wickeln könnt. Das ist auch etwas für Bergsteiger zum Mitnehmen im Rucksack oder für irgendwelche Seile, die man zu Hause hat. Ganz simpel zu machen, man braucht allerdings ein Schweißgerät. Und dann werden wir diese Leine mal ordentlich aufwickeln und einmal anschauen, wie das bei der Feuerwehr gemacht wird, dass so Arbeitsleinen, die nicht täglich gebraucht werden, wie man die ordentlich lagern kann und ordentlich verstauen kann. Hier ist jetzt die besagte Vorrichtung, eine selbstgebaute, die man im Schraubstock einspannt, gibt es bestimmt auch zu kaufen von Ziegler oder so. Man braucht also ein bisschen Rohmaterial hier, Winkeleisen, ein Rundstahl und ein Rohr. Die Maße habe ich hier mal für euch genommen, könnt ihr mal schauen. Das ist also 54 cm lang, das Winkeleisen. Dann braucht man also 10 mm Rundeisen vorne, um das Auge einzuhängen. Und hier haben wir die Rohre, die haben ungefähr 2,5 cm Durchmesser. Messe ich nachher nochmal und sind 22 cm lang und gehen 22 cm im Winkel hoch. Und jetzt werden wir das Seil mal wickeln hier, oder die Leine, wie man sagt bei der Feuerwehr. Und schaut mal zu, wie das so funktioniert. Jetzt schreit man zur Tat und ich zeige euch, wie man so eine Arbeitsleine, wie man bei der Feuerwehr sagt, wickelt. Oder ein Seil bei den Bergsteiger. Mit der Vorrichtung, die ich euch gezeigt habe. Ich bringe mal die Kamera schnell ein. So. Man nimmt also das Ende mit dem Auge hier von der Leine und tut es auf die kurzen Toren und fängt dann an, von unten nach oben zu wickeln. Die Länge gibt schon ungefähr vor, wie viele Windungen das wir drauf geben, aber in der Regel so 12 bis 13 bei der ersten Runde. Das muss man alles ein bisschen rauskriegen. Das Leinen wickeln hat was meditatives. Man kann sich auch nochmal Zeit lassen, ich mache das jetzt im Gang schneller, wegen dem Video. So, wie viel haben wir jetzt jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Machen wir zwölf voll. Und dann gehen wir wieder absteigend nach unten. Mit der Leine. Schön nebeneinander platzieren, dass es ordentlich aussieht. Es wird dann immer eins weniger, dass es nicht auseinanderfällt nachher. Beruhigende Wirkung, ja. Und wenn wir fast unten sind, fangen wir wieder an aufzusteigen. Das letzte Mal, die letzte Runde. Es werden also drei Wicklungen. Jetzt nehmen wir den Rest raus. Jetzt fangen wir an, dass wir hier die Leine einfängt. Jetzt wird es so rumgewickelt. Dass das ganze Leinenpaket nicht auseinanderfällt. Das muss man auch ein bisschen rauskriegen, wo man hier anfängt, dass es ein bisschen gleichmäßig ausschaut. Gucken wir hier und da. eine Windung mehr macht. Das war's jetzt. Jetzt können wir das Paket runterziehen von den Dornen, wenn wir nicht zu streng gewickelt haben. Das habe ich euch ja gesagt. Und voilà. Wir haben hier ein ordentlich gewickeltes Leinen- oder Seilpaket. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in die einfachsten Feuerwehrarbeiten hat euch gefallen. Oder Standardarbeiten, sagen wir mal so. Einfach ist es nicht. So sieht also das fertige Paket aus. Und hier haben wir noch mal die Maße, wenn es jemand nachbauen will, in etwa. Ein bisschen Alteisen und das funktioniert. Das war's auch wieder. Ciao, servus, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Ciao, servus. Servus, bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020